Herzlich Willkommen bei Meinungsheld. Heute haben wir das Thema Geschirrspüler und zwar geht es hier nicht um den klassischen Geschirrspüler, sondern um einen Mini-Tisch-Geschirrspüler, der von dem Hersteller Boman stammt. Hier die Bezeichnung TSG 7402. Dieser Mini-Geschirrspüler erfreut sich einer sehr großen Beliebtheit, weshalb wir uns einmal einem Datenvergleich angenommen haben und einmal in diesem Video unsere Meinung dazu abgeben möchten. Wenn ihr euch einen solchen Artikel zulegen möchtet, wir haben wie immer einen Preisvergleich für euch durchgeführt und das beste Angebot unter diesem Video unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall reinschauen, das lohnt sich. Hier könnt ihr möglicherweise noch den einen oder anderen Euro sparen. Zusätzlich haben wir da noch die wichtigsten Informationen zusammenfassend für euch hineingepackt. Bevor wir hier zu den einzelnen Punkten und technischen Details eingehen möchten, die wir auch sowieso in der Videobeschreibung nochmal festgehalten haben oder dem Video, möchten wir eine generelle Meinung mal zu diesem Gerät abgeben, denn es fällt auf, dass die Verarbeitung sehr sehr gut ankommt, aber auch das letztendliche Ergebnis, dass dieser kleine Geschirrspüler, der sich auch relativ günstig erwerben lässt, liefert es wirklich zufriedenstellend. Dies zeigt auch nochmal eine Auswertung vieler Kundenmeinungen und Erfahrungen, die man so im Netz lesen kann. Dabei wird besonders gelobt, dass diese kleine Spülmaschine sehr sehr schnell in Betrieb genommen werden kann. Das funktioniert relativ einfach. Der Wassertank ist über einen Schlauch, der am Wasserhahn hängt, relativ schnell zu befüllen. Das Ganze funktioniert innerhalb von einer Minute und das Ganze lässt sich auch mit einem normalen Wasserschlauch anschließen, wie bei anderen Spülmaschinen eben. Und ja, 5 Liter haben wir hier dennoch. Man muss aber nicht immer 5 Liter einfüllen und das Abwasser läuft wie bei anderen Spülmaschinen über einen Schlauch letztendlich. Kann aber auch mit einem Eimer oder Ähnlichem abgefangen werden, wenn man das denn möchte. Letztendlich hier das Gerät gut verarbeitet, reinigt mit verschiedenen Programmen sehr sehr gut und ist natürlich eher für kleinere Haushalte geeignet. Bietet jetzt nicht ganz so viel Platz wie eine größere Spülmaschine. Die Features sind hier ganz klar das LED-Display, das sich ganz einfach bedienen lässt und verschiedene Kontrollanzeigen nochmal. Hat auch die Innenbeleuchtung nochmal, wenn man das Ganze öffnet. Sie stellt sicher einfach, dass man auch abends, wenn es ein bisschen dunkler ist, hier den Überblick behält. 5 Programme lassen sich hier einstellen und auch nochmal Zusatzfunktionen mit dabei. Extra Dry und Anti-Back hier. Ja, Reinigungsfunktionen, die auf jeden Fall hilfreich sind. Auch die Restlaufanzeige kann definitiv sinnvoll sein. Besonders von Vorteil hier, dass der integrierte Wassertank eben 5 Liter fassen kann und bei vollem Wassertank dann ein Signalton erscheint. Das erleichtert auch nochmal die Bedienung und wenn beispielsweise Salzmangel vorherrscht, dann wird das ebenfalls angezeigt. Betrachten wir einmal die Reinigungstemperaturen, so sind wir hier bei 45 Grad bis 70 Grad. Das Ganze auf zwei Sprühebenen und natürlich auch Durchlauferhitzer mit verdeckter Heizung hier und Wasserenthertungseinrichtungen auch nochmal dabei, was nochmal letztendlich auch für die Langlebigkeit spricht, denn das Ganze haben nicht alle Spülmaschinen, gerade in der Preisklasse nicht. Ja, verbessert letztendlich die Langlebigkeit hier und auch eine Überlaufsicherung nochmal. Der Geschirrkorb ist silbergrau gehalten, kommt mit Besteckablage daher und ja, möchte man sparspülen, so lässt sich das innerhalb von 60 Minuten eben tun. Ein bisschen sparen da das Ganze und auch nochmal schnell spülen, wenn es schnell gehen muss, innerhalb von 30 Minuten. Der Energieverbrauch liegt bei Jahresverbrauch bei 1400 Litern und 125 kW und auch die Tatsache, dass das Ganze relativ leise ist mit seinen 58 Dezibel spricht nochmal für dieses Gerät. Alles in allem also eine Empfehlung, die wir hier aussprechen können und in der Videobeschreibung nochmal alle wichtigen Infos und der Link zum besten aktuellen Angebot.